Hallo zusammen, ich bin Ernst, ich mache Ausbildung als Telematiker und ich werde euch heute zeigen, wie mein Berufsalltag aussieht. Telematiker ist eine sehr gute Grundausbildung, wenn man später mal Informatiker werden will oder ICT studieren will, wenn man die BM gemacht hat. Es ist ein Beruf mit elektrotechnischem Hintergrund und man versteht die Zusammenhänge besser, wenn es einen Fehler gibt. Bei mir ist viel unterwegs und es ist sehr spannend. In meiner Lehre darf ich ein drübernötiges Praktikum machen als Elektroinstallateur, damit mein Handwerk für Geschick gefördert wird und aus allen Gründen meine Arbeit besser verstehen. So, das war mein Berufsalltag. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie es mir wieder getan hat. Falls ihr Interesse habt, bewerbeet euch doch für uns. Ich freue mich schon viel. Bei mir ist die Zitular. Wenn uns das zu lieben.